Hallo Leute zu einer neuen Folge von Axelweil Beworft. Ich will Trapturen zähmen. Oder einen zumindest. Schau ich mal. Okay, Max muss ich auf jeden Fall auf. Max. Übertreib, Max. Okay, Max, den muss ich jetzt auch noch umbringen, scheinbar. Ups, Entschuldigung, Max. Wieso ist mir so heiß? Was soll denn das? Geht's dir gut, Max? Das ist ein fast tolles Leben. Ja, dir geht's gut. Supi. Okay, weißt du was, dann... Ich schalte dich jetzt einfach mal, ich bin so frech, auf neutral und sammle mir ein paar Steinchen. Okay, das ist einer zum Aufheben, oder? Ja, zum Aufheben. Und dann zähme ich da drüben diesen Raptor-Steinchen. Ich brauche ganz viele Steinchen, bitte. Kann ich den abbauen? Wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht. Okay, noch mehr Steinchen. Ach ja, natürlich bin ich jetzt schon zu fett. Sollte es auch anders sein. Alter, ihr Hügensöhne. Okay, gut, du machst jetzt immer noch was. Steinchen, Steinchen. Ich bin zu fett, aber ich hab Stein. Okay, die Raptoren sind tot. Die sind halt einfach behindert. Ja, gut, dann... Alter, was geht da? Richtiger Gangfighter jetzt drüben. So, wenn die dann kämpfen, dann... ...gebe ich dir jetzt erstmal Leder. Momentan. Äh... Wo ist mein ganzes Leder? Dürfte richtig viel sein, gerade 109, ja. So, und jetzt bin ich nicht mehr zu fett. Da kommt so ein Raptor ange... ...geflogen. Oh, da ist ein Affe. Ein Äffchen. Ein Äffchen. Oh Gott, da ist ein Äffchen. Inventar, Bären rein. Alter, vertreibt den bitte nicht. Bären hier unten rein. Und die Null. Da vorne ist ein Äffchen. Ich bin noch zu fett. Aber, komm, Äffchen. Keine Waffe. Nur Äffchen. Hallo, Äffchen. Muss keine Angst haben. Hier. Ja, du hast ein Bärchen bekommen. Oh, ist das toll, ne? Oh, cool. Vorne ist immer noch ein Raptor. Oder ist das ein Dino? Das ist ein Raptor, glaub... Nein, das ist klein. Ist das klein? Ich glaube, es ist ein Raptor. Okay, ähm, das heißt Inventar. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen gewichtlos werden. Das kriegst du. Ähm. Was für ein Gefehl muss ich den geben? Ähm. Disable Following. Und... Nein, äh. Okay, nein. Enable Following auf jeden Fall noch. Sonst läufst du mir jetzt. Weiß Gott, wohin. Äh. Enable Following. So. Gut. Passiv... Ach, Passiv muss das sein. Okay. So. Und du kriegst aber jetzt noch... Oh, mein Bloodpick ist kaputt gegangen. Ach man, warum ist mir denn so warm? Inventar. Und du kriegst von mir noch zwei Schildkröten-Eier. Okay, und dann bin ich immer noch zu fett. Dann kriegst du von mir noch... Bestimmt Fleisch. Oh Gott, hab ich viel Fleisch, ey. Ja, ganz viel Fleisch kriegst du von mir noch. Okay, und jetzt bin ich nicht mehr zu fett. Supi. So. Irgendwo ein Raptor hier. Ich hab's gedacht, hier wär noch ein Raptor. Oder hat der sich inzwischen auch mit euch angelegt und ist gestorben? Okay, dann wirst du jetzt wieder auf... Ähm... Aggression von meinen Targets. Ja, ich denke, das dürfte das Richtige sein. Und jetzt gehen wir... weiter... Richtung... Okay, ich hatte Angst. Äh, Richtung grüner Turm. Der war doch da hinten, ne? Der dürfte doch da hinten sein. Oh cool. Ja cool. Das ist cool. Hier ist ein kleiner Weg. Der Höfbetuch zum Wasserfall. Oh, ja, da ist der Turm. Ich kann ihn sehen. Komm mit, Peter. Max! Max, nicht Peter. Gott. Ich bin doch ein bisschen dement. Oh Gott, ich höre... fiese... Wespen. Oder so. Aber Max macht die alle fertig. Das weiß ich. Okay, warte. Ich muss das gekochte Fleisch wieder hinten rein tun. Ja, sehr gut. Und Essen. Lecker, 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 Essen, Essen. So. Ja, und Leggy, Leggy Legs. Das sind meine Lieblings-Leggy Legs. Äh, ja. So, oh, das ist ein cooler Baum. Der ist ein bisschen verrankt und so. Ich hoffe, ich finde gleich keinen T-Rex. Das fände ich nämlich doof. Okay, da vorne sind es Raptoren. Da vorne ist ein toter Raptor. Oh, ich bin ganz nah an diesem Teilchen. Ich habe zwar ein bisschen Angst vor diesem Teilchen. Aber ich kann ja mal vorbeischauen, ob da was Nettes ist. Okay. Oh, das ist direkt da vorne. Ja, das schaffst du schon. Ich finde, dehydriert es. Gut, dass ich noch Wasser habe. So, jetzt muss ich dann, muss ich mich dann um Bären kümmern. Äh, muss ich mich dann mit Bären versorgen, wenn ich wieder durstig werde. Aber Peter hat ja noch so ein paar tausend dabei. Ach, ein paar tausend ist noch nicht mal übertrieben. Er hat einfach wirklich so viel. Okay, also auf jeden Fall mit der gleißenden Sonne da vorne. Alter, krass. Okay, da hinten geht es rein. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Gefällt mir, muss ich sagen. Ich muss jetzt nur da hinten irgendwie runterkommen. Möglichst ohne zu verrecken, weil das wäre schon ein bisschen peinlich. Oh, ne, da sind wieder diese, die ich einmal umgebracht habe, die ich irgendwann auch mal zähmen will. Die heftig fetten Pisser. Cool hier. Alter. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Was ist das denn? Was soll denn das? Ist auf einmal der Boden weg. Junge, Junge. Okay, Libellen. Ihr wollt mir nichts tun, ne? Naja. Ich weiß schon, ihr seid lieber Libellen. So, und Max kann sich dann gleich um die ganzen Vilos hier kümmern. Da lassen sie so alles nur nur Pisser, Opfer. Ja, einer tot. So, jetzt noch die anderen. So, Max. Das machst du sehr gut. Okay, sehr gut. Ganz im Pfeil aufheben. Das Zeug von denen brauche ich gerade nicht. Und weiter geht's. Krass. Okay, ich muss... Aber ich glaube, wenn mir so warm ist, dann geht mein Trinken auch schneller leer. Weil manchmal geht das... Ja, ich tue da mir mal die Beeren hier unten rein. Dann esse ich von denen jetzt einiges. Ich darf mein Wasser hochgehen. Und mein Essen... Habe ich mal gerade eben so 40 Beeren vermampft. Kann man schon mal machen. Oh, da ist Wasser. Kann ich das da auffüllen? Das wäre cool. Ja, Wasser ist hier. Okay, nee, das ist ein bisschen wenig Wasser wahrscheinlich. Alter. Erschreckt mich doch nicht immer so, ihr... Äh, was... Okay. Okay. Alles klar. Alles klar soweit, ihr? Okay. Cool. Sag ich mal. Hm. Vielleicht teleportiert mich... Hä? Okay. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Sieht aus... Als wäre hier ein Vino. Jo, Max. Machst du sehr gut. Dankeschön. Fallchen aufheben. Oh, da ist noch einer. Okay. Jo. Da ist keiner mehr. Ach komm, ey. Ihr Dummen. So, gut. Dann schaue ich mal, was passiert, wenn ich in dieses... Hier stecken ganz viele Viecher drin. Alter. Was soll denn das? Geht... Geht euch noch gut? Kommentar. Oh Gott. Was zur Hölle? Summon the Brutemother. Tyrannosaurus Arm. Megalodon Zähne. Und ganz viele Artefakte. Okay. Und Sauropod. Vertebra. Keine. Und Argen... Argen Tavis. Clown. Okay. Okay. Ja, gut. Wenn du meinst, dass das so sein soll, dann bin ich jetzt... Oh cool, da ist ein Dingens. Ein grüner Laserbeam. Und ein Dino. Schon kaputt. So schnell geht das. Okay. Ich suche jetzt mal eben den Weg hier runter für den grünen Laser. Alter, Max... Oh Gott. Ey, jetzt wäre ich fast gestorben einfach. Okay, ich glaube, es gibt mir den einen Weg, den ich hier hochgekommen bin. Max? Okay, da bist du. Mit deiner coolen Brille natürlich. Wie denn auch sonst. So. Es geht da runter. Und ich esse ganz viele Beeren. Kann ich nicht alle essen. Wo ging es hier nochmal raus? Hier, oder? Ja, hier. Okay, und dann da links kann ich, glaube ich, irgendwo runter... Nein, rechts kann ich runter. Ach, das wiegt gerade auch erst runter. Gut, dann habe ich noch ein bisschen Zeit hinzukommen. Dann verschwindet es nicht sofort. Das finde ich sehr nett. Sehr, sehr nett ist das. Also irgendwas. Also Brutemother kann man hier beschweren. Ja, okay. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will. Das klingt... Ein bisschen gefähr... Alter, ich habe gerade... 50 Millionen Beeren gegessen. Das sind vielleicht kriege ich von denen weniger. Äh, mehr Wasser meine ich. Okay, oder da unten ist Wasser. Oder so. Aber erst mal die noch. Und da vorne den Dilo-Penner töten. Hallo du Dilo-Penner. Okay, Max macht schon. Max regelt's. Der Gangster. Sechs. Und sechs. Ja, und da hätten wir auch schon... Äh, kann ich nicht machen, während ich schwimme. Jetzt so, da vorne wäre... Dann auch schon... Mein grünes Supply-Crate. Mit bestimmt ganz vielen super nützlichen Sachen drin. Okay, mit dem Koch des Fleisch ist gerade kaputt gegangen. Ein bisschen was. Aber ich habe volles Leben. So, erst mal das auffüllen. Da unten habe ich schon. So, Supply-Crate. Ist ja nett, dass ihr direkt neben mir gespawnt ist. Ein Blueprint. Vor einem Parasaurus-Sattel. Habe ich aber leider schon. Cool. Hat's gebracht. Das hat's nicht gebracht, du Laser. Hier ist warm, aber es regnet hier doch schon so schön. Okay. Ah ne, das ist ein Dilo. Schade. Ich dachte schon, da vorne wäre ein Raptor. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier. Das muss man sagen. Was soll ich... Achso, das sind Reflexionen. Okay, Parasaurus. Wenn du mich angreifst, dann muss ich dich töten. Okay. Tut mir leid. Dankeschön, Max. So gut gemacht. Beide will ich gerne einsammeln. Eigentlich vor die Zeitverschwendung, aber dann... So, hätten wir. Dann geht's jetzt wieder in den netten Sumpf rein. Ich mach' ne Fackel, damit wir auch was sehen. Mein ganzes Fleisch geht kaputt. Naja, im Sumpf hab ich wenigstens Wasser. Und ich muss nicht die ganze Zeit darauf warten, dass ich verdurste. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Gott, dieses... Diese Pliequels hat mir einfach noch nie was gebracht. Ich find's schon geil, wenn man irgendwann mal was Praktisches darin finden könnte. Also, wahrscheinlich, wenn ich den Sattel jetzt noch nicht gelernt hätte, hätte ich mir dadurch die Punkte, Engram Points gespart, denke ich mal. Kommst du da rum, Max? Gut, sehr gut machst du das. Sehr gut machst du das, mein Lieber. Kleiner. Kleiner vor allem, ja. Okidoki. Und jetzt geht's wieder raus. Zurück in den Sumpf. Zum Fröschesuchen. Ja, ja. Aber ich find's irgendwie komisch, dass wir noch keinen einzigen Frosch gesehen haben. Denn das eigentlich stand da, dass die da häufig vorkommen müssen. Also, auf so einer Karte stand das. Max? Kommst du, Max? Hey, Max? Wo bist du? Max? Ist das dein Ernst? Max? Du bist doch gerade noch da. Wo bist du jetzt hin? Ah, du hast dich im Stein verfangen. Ja, natürlich hast du dich im Stein verfangen. Geil gemacht, Max. Geile Sache. Oh, Max hat ein Level-Up. Ach, dein Inventar ist immer noch zu... Ach, oder schon wieder eher. Deswegen bist du auch so langsam. Okay. Gut. So, dann... Grabe ich mal auf dein Inventar zu. Mach dein Level-Up hier. Ein bisschen mehr Stamina. Du kriegst du jetzt ausnahmsweise mal. Und... Wie viel hast du denn Gewicht? Ach, du hast... Du hast... Gewicht... Gewicht, Gewicht... 228 von 365. Hm. Ist eigentlich nicht so viel, ne? Okay, Beeren... Kann man fallen lassen. Noch mehr Beeren kann man fallen lassen. Noch mehr Beeren kann man fallen lassen. Noch mehr Beeren kann man fallen lassen. Oder war noch ein Samen, den ich... Boah, das war für noch... Ist jetzt immer noch zu fett, oder geht's? Jetzt geht's, glaube ich. Ey, du... Die Bälle. Du wirst mich nicht angreifen, glaub mir. Flieg nicht so an mir rum, du Arsch. Ja, komm. Ich mach dich kaputt, ey. Danke. So geht das. Keine Die Bälle legst du mit mir an. War das noch her? Und ich bin dann wieder vergiftet. Dankeschön, Max. Oh, ich hab bald auch mehr Level ab. Welches Level bin ich überhaupt? Vier... Oh, mit dem nächsten Level lerne ich neue Sachen. Cool. Würde ich glatt sagen, dann... Versuch ich mal... Wie viel fehlt mir denn noch am Level? Okay. Alter, inzwischen brauch ich schon richtig viel Erfahrung dafür. Krass. Okay. Aber es geht jetzt erstmal wieder... Zurück in den Sumpf. Max, komm mit. Alles wird gut, mein Lieber. Hier ist ein Flüsschen. Ah, das ist der Wasserfallgleich, ne? Und da sind bestimmt Piranhas drin. Und ich hasse Piranhas. Und mir ist zu warm hier. Aber hier sieht es doch gar nicht so warm aus. Okay. Im Regenwald. So ein bisschen... Schwül ist es. Max. Komm jetzt mit hier. Ist doch nicht so schwer. Okay, der Regen hat aufgehört, immerhin. Ich überhitze. Ein bisschen. Schildkröte. So. Was ist das? Was bist du denn für ein Stein, ey? Okay, hier müssen wir lang. Ja, das dürfte, glaube ich. Nein, das ist die falsche Richtung. Das ist nicht die Richtung, die ich lang will. Oder? Hä? Ich weiß nicht, wo ich lang gehe, Leute. Hilf mir. Gehen wir hier lang. Einfach mal. Ich werde wahrscheinlich demnächst auf übelste Art und Weise einfach verrecken. Und dann bin ich tot. Und dann ist es vorbei hier. Mit easy life. Kommst du mit? Sehr gut. Du kommst hier rüber. Ja, komm. So warm ist es hier doch gar nicht. Ich muss doch nicht rummeckern. Mann. Okay, warte, ich mach mal meine Fackeln. Dann sehe ich... Oh. Ein Parasaurus. Hallo, Parasaurus. Okay, gut. Da ist der Wasserfall. Jetzt weiß ich ungefähr wieder, wo ich bin. Sehr gut. Max. Kommst du? Schaffst du das? Ja, komm. Ja, komm, Max. Ja. Ja, komm. Supi. Hast du toll gemacht. Hast du sehr toll gemacht. Und ich bin dehydriert natürlich. Gut, dass ich noch Wasser habe. Ich schau dann gleich auf jeden Fall mal, ob ich was machen kann, mit dem ich mehr Wasser ein bisschen aufnehmen kann. Ey. Hier sind fucking Insekten wieder irgendwo gewesen. Ich hasse Insekten. Die mich umbringen wollen, weil die 10.000 mal größer sind als normale Insekten. Das kann ich gar nicht so sehr leiden. Okay. Und da sind wir wieder im schönen Sumpf. Und, äh, uuuh, das war ökelhaft. Oh, ein Patchy. Hallo, Patchy. Das sieht doch mal, aber hier, das gefällt mir hier. Das sieht cool aus. Ich glaube, ich mache, stelle hier einfach irgendwo mal, höh. Okay. Warum zeigst du mir die Namen nicht mehr an? Okay, aber ich stelle, ich glaube, ich stelle hier mal ein Bett hin. Wenn ich es finde. Bett. Hier. Fetch, Fiber und Heid. Okay, Heid und Fiber. Ähm, dürfte der haben noch? Inventar. Ah, ja, ja. Ach hier. So. Jetzt habe ich Heid genug. Und Fetch habe ich auch genug. Und dann brauche ich jetzt noch Fiber. Ja, okay. Und Leck. Ich stelle da noch kurz das Bettchen auf. Und. Ähm, bäm, 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 bäm. Was brauche ich noch dafür? Fiber nur. Okay, gut. Das dürfte ja auch schnell gesammelt sein. Fiber ein bisschen, dacke. Ein bisschen Fiber für mich, Ahmann. So. Und. Äh, Bett, 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 Bett. Sehr gut. Das verstecke ich dann irgendwo. Da in der Ecke. Und ein Level Up. Sehr gut. So, hier verstecke ich das Bettchen dann, wenn das geht. Kommt ganz runter. Bett in die Acht rein. Okay, nein. Ich brauche dafür eine Holzplattform, denke ich. Okay, warte, dann, ähm, für eine Holzplattform brauche ich Wood und Fiber. Wißt du, wißt du, wißt du, ich mache jetzt nur noch das Bett dahin und den Level Up machen wir dann Anfang von der nächsten Folge. Ja, ja. So sieht's aus. So, da drüben ist Fiber und Wood. Hast du noch Wood? Du hast doch noch Wood, ne? So, jetzt habe ich Fiber und du hast bestimmt noch Wood. Äh, da, da, Inventar. Wann habe ich das rausgeworfen? Weil ich dachte, das war, ach, okay, nee, da ist es noch. Gut, dann wird jetzt die Holzplattform gemacht. Gut, das ist sogar die Plattform. Nein, das ist das. Ach, ich bin doch ein Stück Behinderung, ey. Alles Holz haben, das ich begehre. So, hier noch ein bisschen Holz. 40 am besten. Ah, das ist das. Nein, keine 40. Mhm. Mal schauen. Was werfe ich denn dann weg? Da habe ich viel Fleisch und viel verrottetes Fleisch. Ach, Mann. Nein, das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Max? Max? Ach, Mann, ich kann... Komm her, Max. Kann... Kommst du her, wenn ich pfeife? Nein, kommst du nicht. Ach, ist das toll. Wenn man zu fett ist für alles. Ich lasse jetzt einfach das Holz kurz fallen und dann nehme ich es gleich wieder auf. Wo ist es denn hier? So. Bin ich immer noch... Okay, nee, ich dachte, ich wäre immer noch zu fett. So, Inventar, bitte. Hier. Dann kriegst du von mir Metall auf jeden Fall schon mal. Da. Und die Hälfte von den Steinen. Jetzt bist du zu fett wieder, oder? Nein, bist du nicht. Gut. So, dann sammle ich jetzt noch Holz ein. Jetzt bin ich zwar ein bisschen fett. Hallo, du Patchy. So. Und ein bisschen Holz noch. Sehr gut. Jetzt kann ich mal einen Holzboden craften. Der ist hier unten nämlich. Toll. Toll ist das, ne? Ja, ja. Sehr toll sogar. Okay. Und jetzt habe ich einen Holzboden. Und jetzt kann ich den Holzboden nehmen. Und... Nein, nicht das Dach. Ja, das ist ein Scheißdach. So. Ja, jetzt bin ich gleich nicht mehr da hier. Toll, ne? So. Dann stelle ich das schön hier ins Wasser rein. Die ist nämlich voll hübsch. So, dann stelle ich den hin. Nein, so unter Wasser muss nichts sein, glaube ich. So. Cool. Und da drauf ein Bett. Jo. Perfekt. Max. Wo bist du? Stehst da hinten einfach rum. Ich bin behindert. Und ein schwebender Fisch. Geil. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.